Ja hallo Flo, was ist denn heute los? Müssten jetzt nicht die Musiker des Nachwuchsorchesters hier sein? Servus Anfried, ja genau, wir haben immer Samstagvormittag um 10 Uhr Probe, aber wegen Corona dürfen wir 25 Musiker ja aktuell nicht zusammenspielen. Wir hätten uns auch wirklich schon intensiv aufs Frühjahrskonzert vorbereitet, aber es fiel ja alles aus. Aber das Gute ist, seit Mitte Juni darf man wieder einen kleinen Kuppen proben und da freuen wir uns schon sehr darauf. Ja genau, auch wir vom Jugendblasorchester starten wieder richtig durch. Auch wenn es nicht viel Feste in nächster Zeit gibt, freuen wir uns schon auf die Auftritte danach. Mit Frühschoppen, Sommerserenade, Festzügen und Auslandsreisen hatten wir in der Vergangenheit eine Menge Spaß. Und wir freuen uns schon richtig darauf, diese in Zukunft wieder musikalisch zu umrahmen. Oh ja genau, bei uns im Nachwuchsorchester trifft das auch zu. Weil dieses Jahr die ganzen Auftritte leider ausfallen müssen, haben wir uns schon die Stücke Final Counter von Europe und die moderne Konzertpolker Jugendträume ausgesucht. Und das sind wirklich echte Knallerstücke. Aber auch das Außermusikalische kommt bei uns natürlich nicht zu kurz. Wir machen Radtouren, mal eine Schnitzeljagd nach der Probe oder wenn das Wetter schlecht wird, das Spielchenachmittag. Da ist für jeden immer genau das Richtige dabei. Mensch, das hört sich ja klasse an. Genau das machen wir beim Jugendglasorchester auch. Im Oktober beispielsweise sind wir auf unserem alljährlichen Probenwochenende in Pottenstein. Alle Musikerinnen und Musiker freuen sich schon riesig darauf. Mit Michael Jackson in aller Kürze, Ein Leben Lang und Mambo No. 5 haben wir wieder schöne Stücke ausgesucht, die wir dort einstudieren werden. Da ist für jeden etwas dabei. Und nicht zu vergessen freuen wir uns auf die abwechslungsreichen Musikreisen der kommenden Jahre. Willst auch du dabei sein und was Tolles erleben? Dann komm zum Musikverein Vilsack und werde Teil einer musikalischen Familie. Wir freuen uns auf dich, egal wie du bei uns einsteigst, ob musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht oder gleichenden Instrumentalunterricht. Servus, bis bald, unser Musikantenburg.